Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12892 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Langeweile ist für mich wie ein geschlossenes Buch. Ich öffne es mit meiner Fantasie. Langeweile ist für mich wie ein geschlossenes Buch. Ich öffne es mit meiner Fantasie. Langeweile ist für mich wie ein geschlossenes Buch. Ich öffne es mit meiner Fantasie. Konzeptionell lege ich Wert darauf, dass die Texte klare Anweisungen enthalten, um das Verständnis zu erleichtern. Konzeptionell lege ich Wert darauf, dass die Texte klare Anweisungen enthalten, um das Verständnis zu erleichtern. Wenn ich in der Natur bin, vergesse ich oft die Zeit. Apothekerinnen arbeiten in Apotheken, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Wir beginnen sofort. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Alle sind anwesend. Wir beginnen sofort. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Alle sind anwesend. Wir beginnen sofort. Endlich gibt es etwas zu essen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hungrig ich bin. Ich kümmere mich um den Gummibaum und besprühe die Blätter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich kümmere mich um den Gummibaum. 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 Ich kümmere mich um den Gummibaum.